Hallo, mein Name ist Philipp Augenstein. Ich war hier an der Technikerschule in Kulmbach und habe Techniker für Sanit, Heizung und Klimatechnik gemacht. Vorher habe ich in Hof Anlagenmechaniker gelernt. 2021 habe ich dann meinen Abschluss gemacht und meine berufliche Laufbahn bei Renet Ingenieur in Hof begonnen. Wir arbeiten da zusammen in einem großen Team mit Elektrotechnikern, HLS planen und zeichnen und unser Job ist es, Gebäude TGA-Planung zu entwerfen und auszuführen in Bauch.